london wo das blass willy kurs alles klar und bumm meine wagen boah ey habt ihr einen der muck gehabt der Colin McRae BMW Z4 die ich nehme den McRae McRae ist cool er war cool er war eine Legende oder er ist immer noch eine Legende logisch anpassen Laktierungen ich bleib bei dem McRae keine neue Hupe bleib bei der Standard Hupe koppelt hula mädchen cool zack ich nehme mal ich wechsle mal wieder seit lange nicht mehr gemacht so Jungs sind aber so normale Namen ne aussieht ja dann nimm mal Spitznamen wir nehmen wie gesagt also wenn ihr wollt dass ich einen bestimmten Namen nehm dann dann schreibt in die Comments ich geh die mal hier so durch man lesen könnt ihr selber denke ich mal so ähm ich nehme jetzt Asphaltgeschoss was stand da versuche manuell zu schalten wenn du online mit freunden abhängen möchtest ja ja das du willst du hast halt hier keine ähm äh vorhelfen so heißt das Ding es gibt es bei 2 nicht ich bin es auch viel besser umgesetzt wie 3 3 hat auch seine 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 Finessen ist auch irgendwo geil aber nicht so geil wie 2 finde ich aber wie gesagt fast alle es gab Dirt 2 Dirt 3 und ähm den aktuelleren das wäre dann heißt das Ding Showdown ich glaube Showdown heißt das wirklich ne Dirt Showdown heißt das direkt nur Alter was ne Karre ey Ups Asphaltgeschoss 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 Rrrr Name gefällt mir jetzt irgendwie ne mal gucken ach so kann ich mal so schlecht lach nicht ob dich überholt und du mich tschüss ich bin zu gut genauso ist es nämlich doch erst stricke alter leck mich doch leck mich doch in die ecke geschissen naja das war relativ gut sag ich mal ok so und tschüssi das war herausragend kannst du mal sehen digger ich will ne geile Szene sehen dann mach ich bumm warum schon äh nicht sowas äh ne kompett ist kacke die die nicht wie ich mich drehe Oh, man. Hey, Asphaltgeschoss. Das war eine fantastische Leistung. Was? So. Dann würde ich sagen, wir hören auf. Nein, wir machen als nächstes. Äh, London sind wir auch durch. Also, ich gehe erstmal in die ersten durch. Asia. Bayer sind wir auch hier durch. Marokko, waren wir noch gar nicht. Rallye. Okay. Hey. Moinü. Wägen. Hä? Wie? Ach, das kostet Geld. Okay. Na? Okay. Lockierung. Ich nehme jetzt mal. Äh, alles so hell. Und mir gefällt euch und so. Ah. Entschuldigung. Zack. Hm. Zack. 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 Und was macht es gut. Die 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 Und ich hab's die Zeit noch gibt, aber ich denk mal schon. ein Blickfeld Lüge sehe ich auch so aber es ist so geil oder was 40 mittig überkupe 40 war extrem breiten arsch leicht links in leicht rechts leicht links in kuppe sprung ich lang sprung rechts überkupe mittel links kuppe im mittelrecht 60 links halten überkupe in leicht rechts auf asphalt kuppe lang leicht links lang in leicht rechts das hier ist asphalt soll asphalt darstellen komisch aus recht sich scharf rechts scharf rechts 60 scharf links nicht aber gut 60 mittel links scheiße ja vielleicht mal auf die strafe bleibt so wild meine scheibe ist ab kein fenster mehr frische luft drin und staub kommt auch hin ist nicht gut 40 leicht links nicht schneiden ganze staub kommt drinnen in die karre hier so ne kacki wow so geht weiter hallo die karre sieht schon wieder aus ich krieg auch jedes auto kaputt hoch gemacht wird schon aussteigen ja mit absicht gemacht ich glaube da drehen die räder so mega durch dass der staub durchgebild wird aber dann doch nicht schade ja und da ich hatte auch die 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 auch so von pia trailblazer was ist der trailblazer der trailblazer ist eine solodisziplin in der lange etappen von a nach b gefahren werden die teilnehmer starten zeitversetzen also kannst du im lauf des rennes auch andere fahrer überholen oder von ihnen überholt werden ja und jetzt was ist das genau eine rallye oder das nicht schlecht mann dein wagen entspricht allerdings nicht der spezifikation keine sorge meine mechaniker springen ein und schrauben wir was zusammen viel erfolg und ich mir gern groben 4 2 3 5 4 4 ich brauche ja hier Beschleunigung bis zum geht nicht mehr ne also nehme ich denke ich mal den look away ich glaube trailblazer ist glaube ich sind ziemlich keine kurvenreichen strecken ich kann es auch nicht gas geben ich glaube so war das bei den trailblazern es gibt es nicht irgendwie ein frisch im hals ich bleibe mein guter mädchen und mein plüschwürfeln führen ja guck mal sieht ja komplett anders aus die körper sozusagen ja was heißt anders ich werde jetzt gleich sehen aktuellblazer waren in mega schnellen rennen glaube ich da übelst gas geben kann gibt es auch glaube ich nachher so eine übelste karre die da kriegen kannst wenn du da durch bist beim spiel ich glaube ich weiß es nicht mehr so lange her zack so und mehr aber merkst du schon wie die Karre abgeht hier das sieht fast nur gerade aus hier kleinere kurven aber naja wir sehen wie das ding abgeht hier geil weg fahr ich hier lang hier ist lang denn hier aus hat sich voll gedreht Allo Ding Yeah Hello Ganz schön ab Das Ding Siehst du selber unter dem Tacho Tür zu Hallo Ich hab dich mal überholt Ich war mal so frei Ey nicht du mich Ich dich Ich verwechsel Ey was sind das für Kurven hier Oh komm Oh ey Nee da wollte ich nicht hin Bissi bohrte mich einfach Sollen es Geh mal schön weg hier Du warst mir im Weg Ey was ist das für Strecke Alter Erst schön gerade und dann auf einmal sehr kurvenreich Kannst du ja voll Gas geben Uuuu kurve 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 Gras 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 Grum Das war's dann wohl für mich Er hat so eine Karre zerlegt Gründer stammt Denk mal ihr habt es gesehen wie der gequalmt hat Oh nein Ach du scheiße Ey jetzt hab ich schon meine Karre hier voll zerlegt Ey fuck Fuck Die Karre sieht aus Alter Siehst den ganzen Motorblock unten Ein echt schöner Sieg Danke Ja Okay Ein tolles Rennen Dein Sieg freut mich Nicht Nicht Vielen Dank.